Du musst durch vier Meter Beton, durch 250.000 Liter Druck Wasser durchtauchen und darfst kein Metall am Körper tragen. Keine Sauerstofflaschen. Benji, geh in Position. Ethan, bist du bereit? Wichtiger Hinweis. Wenn du die Luke nicht in zweieinhalb Minuten öffnest, sind wir beide tot. Nein, nein, nein. Ethan, hörst du mich? Ethan, abbruch! Abbrechen! Wow, 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 kannst du denn fahren? Vor einer Minute warst du noch tot. Was redest du denn? Das wird kein gutes Ende nehmen. Mr. Chairman, die Zeit ist reif, um die IMF aufzulösen. Sie ist nicht nur unberechenbar. Sie ist eine Schande für uns alle. Die IMF aufzulösen, ist ein Fehler, den Sie vielleicht beräumen. Herr Sprint? Leitung verschlüsselt. Okay, das Syndikat existiert. Und die wissen, wer wir sind. Eine Untergrundorganisation. Ausgebildet wie wir. Eine Anti-IMF. Sie machen Jagd auf uns mit allem, was Sie haben. Oh, Mann. Du willst das Syndikat vernichten? Das ist unmöglich. Geh auf deine Position. Ich habe jetzt Zugriff. Die Aufführung kann beginnen. Bin auch so weit. Sie und ihr Team werden sich für jeden einzelnen Fehltritt zu verantworten haben. Jetzt ist die CIA hinter uns allen her. Echt toll. Bist du angespannt? Was fragst du mich jetzt? Das könnte unsere letzte Mission sein. Machen wir was draus. Mach die Tür auf! Mach schon. Ich bin dabei. Batschi, mach sofort die Tür auf. Oh mein Gott! Ist das Ihr Ernst? Oh ja! Erkennen Sie das Muster! Ich sehe kein Muster! Der einzige Weg, Pac-Man zu töten, ist mit Geistern. Ihr wollt Geister? Hier sind eure Geister. Und los geht's! Schönen Tag! Ludwig Jahrh